All diese Bilder haben eins gemeinsam, sie wurden nie von einem Fotografen aufgenommen und sie zeigen keine Bilder, die es in der Wirklichkeit je gegeben hat, sondern sie wurden von einer sogenannten künstlichen Intelligenz auf Wunsch generiert. KI-Bilder kannst du lokal auf deinem Computer generieren. Nein, doch! Wie das durch den Einsatz von quelloffener Software kostenfrei und uneingeschränkt möglich ist, das zeige ich dir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu U-Labs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Seit ein paar Monaten ist ja die sogenannte künstliche Intelligenz in aller Munde, wobei die technisch eher dem maschinellen Lernen entspricht, aber darum soll es an dieser Stelle nicht gehen. OpenAI ist hierbei die bekannteste Firma mit ChatGPT und Delli. Letzterer ist der Bildgenerator, der anhand einer Textbeschreibung euch ein Bild erstellt. Stable Diffusion dagegen bietet ähnliche Funktionen, allerdings stammen die von einem Startup in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wissenschaftlern und gemeinnützigen Organisationen. Das gesamte Projekt ist quelloffen, benötigt keine spezielle Hardware und auch keine Cloud. Damit hat das Startup Stability AI geschafft, umzusetzen, was OpenAI ursprünglich mal sein wollte, nämlich maschinelles Lernen der Allgemeinheit frei zur Verfügung zu stellen. Spätestens seit dem GPT-4-Sprachmodell für ChatGPT ist endgültig klar, dass OpenAI damit gescheitert ist. Anfang 2023 bezeichnete ein Mitgründer sogar den offenen Ansatz als Fehler. Das ist eine Kehrtwende um 180 Grad, die interessanterweise nur wenige Wochen, nachdem Microsoft Investitionen in Milliardenhöhe verkündete, geschehen ist. Die erste Version von Stable Diffusion erschien im August 2022. Es gibt hierbei keine Abhängigkeiten zur Cloud, alles läuft direkt auf eurem Computer. Auch eine Zensur oder Filterung von bestimmten Fragen findet nicht statt. Das ist ja ein komplexes und umstrittenes Thema, welches sich an der Stelle hier gar nicht groß aufgreifen möchte. Aber es sollte auf der Hand liegen, dass es problematisch ist, wenn ihr damit Bilder generiert, die für sich schon illegal sind, drum besser nicht machen. Wir verwenden im folgenden Stable Diffusion Web UI. Das ist ein interessantes Projekt, bei dem Stable Diffusion noch um einige Funktionen erweitert wurde, unter anderem Plugins, aber eben auch diese Web-Oberfläche, damit wir das Ganze außerhalb von einer Konsole, die per Python angesteuert wird, nutzen können. Um das nutzen zu können, braucht ihr zwar keine spezielle Hardware für zehntausende Euro, wie das teilweise bei den proprietären Systemen der Fall ist, Da die Generierung von solchen Bildern viel Rechenleistung kostet, braucht ihr einen schnellen Grafikprozessor, der ist ja wichtiger als der Prozessor, also GPU statt CPU. Auch hier seht ihr schon eine Optimierung bei dem Stable Diffusion Web UI, denn das verlangt nur eine Grafikkarte mit mindestens 4 GB an Grafikspeicher. Zum Vergleich, bei Stable Diffusion selbst sind es noch mindestens 10 GB Grafikspeicher. Es gibt noch weitere Optimierungen und auch Forks, die das Ganze dann auch auf Grafikkarten mit 2 GB zum Laufen bekommen haben. Ich werde im Folgenden eine NVIDIA GTX 970 nutzen, die 4 GB Grafikspeicher besitzt. In jedem Falle braucht ihr aber leider doch etwas proprietäres Software, nämlich die Grafikkartentreiber vom Hersteller. Wie ihr die installieren könnt, das variiert ein bisschen je nach Betriebssystem. Manjaro hat dafür in den Einstellungen etwas versteckt, im Einstellungsmanager extra einen Punkt Hardwarekonfiguration, wo man die Treiber, die zur Verfügung stehen, einsehen kann. Hier ist bei Bedarf auch ein Wechsel möglich, zum Beispiel von den quelloffenen Treibern auf die Proprietären, die wir hier eben für Stable Diffusion brauchen. Auch unter Ubuntu gibt es ein ähnliches Einstellungsmenü, wo euch die Treiber aufgelistet werden und ihr die dann auswählen könnt. Ansonsten über die entsprechenden Pakete für eure Treiberversion auf der Kommandozeile, das variiert je nach Grafikkarte. Grundsätzlich könnt ihr auch Karten von AMD nehmen, früher ATI. Tendenziell ist aber NVIDIA bei solchen KI-Themen verbreiteter. Es kann also bei AMD möglicherweise vermehrt zu Problemen oder möglichen Workarounds kommen. Ansonsten braucht ihr noch eine virtuelle Python-Umgebung. Das dafür nötige Paket ist bei Ubuntu, Dibin und Manjaro nicht automatisch vorinstalliert und muss von euch von Hand installiert werden. Wenn euch das genau interessiert, ich habe schon mal einen eigenen Beitrag und ein eigenes Video zur virtuellen Umgebung in Python gemacht, wo ich auch erkläre, was das ist, wie man es nutzt und welche Vorteile das bieten kann. Damit es losgehen kann, braucht ihr bloß noch das Versionsverwaltungswerkzeug Git. Das sollte im Regelfall vorinstalliert sein. Könnt ihr hier mit Git-Version einmal kurz testen und dann direkt loslegen, das Repository von Stable Diffusion WebUI zu klonen. Als nächstes brauchen wir PyTorch. Das ist eine Python-Bibliothek, um maschinelles Lernen auf die GPU, also auf die Grafikkarte, auslagern zu können. Die Pakete dafür und auch der Befehl, das variert hier nach Umgebung. Hier finden wir auf der Webseite von dem Projekt eine Art Tool, mit dem wir uns das hier zusammenklicken können. Wir nehmen die stabile Version. Hier bei mir ist das Linux als Betriebssystem. Pip für Python. Auch die Sprache ist Python. Bei der Plattform wird es jetzt ein bisschen interessant. Das hängt zum einen von der Grafikkarte ab. ROC ist für AMD-Karten relevant. Bei Nvidia heißt die Technik CUDA. Welche Version da aktuell zum Einsatz kommt, könnt ihr über den Kommandozahlenbefehl Nvidia-SMI ermitteln. Da steht die eingesetzte Version vom Grafikkartentreiber hier oben. In dem Fall passt die nicht. Wir haben 12.1 und hier gibt es nur 11.7, 11.8. Hilft nur probieren. Ich habe es mit 11.8 getestet. Das lief nicht ganz so rund und bin dann zu 11.7 gewechselt. Das funktioniert besser und damit läuft es stabil. Kopiert euch diesen Python-Befehl oder diesen Konsolen-Befehl, um das Python-Paket zu installieren. So wäre es richtig. Denn den brauchen wir jetzt gleich in unserem Skript. In dem Ordner StableDiffusionWebUI, der hier gerade geklont wurde, gibt es jetzt mehrere Skripte. Einmal WebUI-SH und WebUI-User-SH. Da können wir unsere Anpassungen vornehmen. Das kann man als Art Vorlage sehen. Wir suchen hier jetzt mal nach Torch. Den gibt es hier schon. Export Torch-Command. Die setzen wir auf den soeben kopierten Befehl. Bei mir muss PIP3 noch durch PIP ersetzt werden. Und damit sind wir auch schon fertig. Wir können das Ganze speichern. Mit dem WebUI-Skript hier starten. Vor allem der erste Start, der wird eine ganze Weile dauern. Denn hier muss der jetzt mehrere Gigabyte an Paketen herunterladen für die Software und vor allem die Sprachmodelle. Also hier nicht wundern. Das ist dann bei zukünftigen Starts schneller. Hier kann man es gerade nochmal sehen. Da wird das Sprachmodell heruntergeladen. Das sind jetzt 4 Gigabyte knapp. Braucht also ein bisschen Zeit. Je nach Internetgeschwindigkeit, die ihr dann nutzen könnt. Wenn alles heruntergeladen wurde und das Tool gestartet ist, dann schreibt er euch hier Running on Local URL. Das ist die Adresse. Die könnt ihr rauskopieren und in eurem Browser aufrufen, um die Oberfläche von dem Programm zu sehen. Ihr seht, es gibt hier mehrere Module, weil man hier eben das Programm auch um verschiedene Funktionen erweitert hat. Die meisten möchten vermutlich TXT to Image nutzen, also aus einem Text Prompt hier ein Bild generieren. Es gibt in dem Stable Diffusion WebUI Paket aber auch verschiedene andere Funktionen. Zum Beispiel kann man Bilder verbessern, Bilder klonen oder auch Objekte aus Bildern entfernen. Würde hier an der Stelle zu weit führen. Ich demonstriere mal kurz dieses TXT to Image. Habe jetzt hier mir mal einen kleinen Prompt geschrieben und klicke hier auf Generieren. Dann legt er los. Ich habe hier eine Wartezeit und er zeigt mir das dann an, wie lange das voraussichtlich dauert. Bei der Hälfte kommt schon mal so eine kleine Vorschau, kann man hier sehen. Ist aber noch nicht das finale Bild. Das sehen wir dann erst, wenn der wirklich komplett durch ist. Und auch hier die Zeit variiert nachdem, wie stark eure Grafikkarte ist, wie viele Grafikkartenspeicher ihr habt. Und das Bild ist fertig. Ihr seht, das ist relativ klein, weil eben die Größe hier auch Einfluss auf die Generierungszeit und die Rechenleistung hat. Das könnte man hier jetzt abspeichern oder eben verwenden, wo man es möchte. Die generierten Bilder werden automatisch im Ordnerpfad Output TXT to IMG minus Images abgelegt. Hier gibt es dann für jeden Tag einen Unterordner. Und da haben wir jetzt zum Beispiel hier das Bild, das ich gerade eben generiert habe. Da seht ihr es nochmal. Das ist das Gleiche, wie wir hier eben im Web gesehen haben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, das mit Save zu speichern. Wenn ihr da drauf drückt, dann legt ihr das in einen anderen Ordnerpfad. Konkret wäre das der Ordner Log Images. Da landen dann alle Bilder ohne Gruppierungen, ohne Unterordner drin, wo ihr eben von Hand auf Speichern drückt. Falls die Generierung bei euch abbrechen sollte, dann seht ihr hier unten eine Fehlermeldung. Die erscheint in kompletter Fassung auch nochmal auf der Konsole. Es ist hier ein Out-of-Memory-Fehler, also zu wenig Speicher. Dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, um das hier trotzdem zum Laufen zu bekommen. Dafür geht ihr wieder in die WebUI minus User.sh rein. Hier gibt es eine Variable CommentlineArgs. Die könnt ihr aktivieren, indem ihr den Kommentar hier entfernt und hier verschiedene Parameter angeben. METV-Raum ist für Karten mit mittlerem Speicher vorgesehen, das heißt mehr wie 4 GB Arbeitsspeicher, aber weniger wie die 10 von Stable Diffusion. Im Kern schränkt man die Parallelisierung ein, das heißt statt verschiedene Sachen gleichzeitig abzuarbeiten, werden sie ineinander eingereiht, also nacheinander durchgeführt. Dadurch ist das Ganze etwas langsamer, also die Generierungszeit erhöht sich, aber man kann eben mit weniger Speicher auskommen. Falls das nicht reicht, gibt es noch Minus Minus Low V-Ram. Das geht in eine ähnliche Richtung, aber eben noch ein bisschen restriktiver, also noch mehr Einreihung wie bei METV-Ram. Als Zusatz dazu gibt es für Nvidia-Karten noch X-Formers. Das beschleunigt die Bilderstellung und reduziert den Speicherbedarf, der dabei entsteht. Dafür sind die Ergebnisse nicht deterministisch. In meinen Tests wurden die Bilder etwa 3 bis 4 Sekunden pro Bild schneller erstellt, sowie knapp 500 MB weniger an Speicher benötigt. Damit habt ihr nun eine voll funktionsfähige lokale KI auf eurem System oder Machine Learning-Themen, wie man es bezeichnen will, die euch auf jeden Fall Bilder generiert, ohne Cloud, ohne Account, ohne Einschränkung, ohne irgendwas. Wenn man sich jetzt mit diesem Prompting hier ein bisschen beschäftigt, dann kann man damit auch gute Ergebnisse erzielen, denn das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass Sprache ja auch mehrdeutig sein kann, wie man jetzt eben dem Werkzeug genau das erzählt, was man auch tatsächlich sehen möchte. Nun bin ich gespannt auf eure Meinung. Schreibt gerne zu uns auf YouLabs.de ins Forum oder in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet, ob das für euch nützlich ist, ob ihr vielleicht euch auch einen zweiten Teil wünscht, wo wir uns gerade dieses Prompting mal ein bisschen näher angucken oder vielleicht auch die anderen Optionen, denn ich habe es vorher schon angerissen, da gibt es ja noch viel mehr, was wir jetzt gar nicht so wirklich angeguckt haben. Das gerne kommentieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.